Wer fälscht Pässe bei geöffneter Tür? Ich mach das. Das hier ist eine Kennkarte. Können Sie das Bild auswechseln und den Stempel dann ergänzen? Ich denke schon. Gut. Sie haben hier nur noch ein Zimmer. Der Rest gehört nicht mehr Ihnen. Und Sie können ja auch nicht mehr einladen, wen Sie wollen. Das wissen Sie auch. Im Treppenhaus bitte etwas leise sein. Wir haben etwas empfindlich im Nachbarn. Was denken Sie sich denn dabei? Sollen wir ins Uniform sein? Uniform? Herr Schönhausen, Sie haben Ihre Brieftasche verloren. Ich verliere ständig Dinge. Dann laufe ich ja nur noch hinter dir her und warte drauf, dass du was verlierst. Sie wissen schon, dass es in Berlin Frauen gibt, die illegale Juden an die Gestapo verraten. Wenn eines Morgens die freundlichen Herren der Gestapo bei Ihnen an der Türe klingeln, dann würde ich Sie sehr bitten, sich aufzuhängen. Jawohl. Du guckst niemanden an, außer mich. Riechst an nichts. Nur an mir. Ja. Gute Fälschungen sind im Grunde wie kleine Kunstwerke. Du bist gefährlich für mich. Mach das nicht. Wir verstecken uns nicht. Doch, wir verstecken uns gerade. Das, was Sie hier machen, dafür können Sie erschossen werden. Das wissen Sie schon. Das ist Mimikry. Manche Tiere nehmen die Gestalt der Tiere an, die von ihren Feinden gefürchtet werden. Erzählen Sie den Leuten ruhig weiter, was Sie hören wollen. Macht der Führer ja auch schon seit Jahren. Das ist Mimikry. 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 Untertitelung des ZDF, 2020